Ja, er war mit Cathy in die Bibliothek. Warum? Hey, Cathy! Weißt du, ob Henning noch im Haus ist? Ja, warum? Kannst du ihn bitte mal holen? Ach, wenn's sein muss. Was wolltest du damit sagen? Warum denken wir so... Moment, du wirst gleich verstehen, was ich meine. Du wolltest mich sprechen? Ja, Henning, wir sind immer noch bei der Umräumaktion. Wir überlegen gerade, wieso Clarissa davon wusste. Hast du da vielleicht eine Idee? Vielleicht war sie zufällig in der Nähe. Clarissa und Zufall. Glaubst du jetzt, dass ich ihr was gesagt hätte? Genau das glaube ich. Wie kommst du denn auf sowas? Na, das ist doch naheliegend. Also, wer nicht gegen Clarissa ist, ist dann zwangsläufig gegen dich, oder wie? Ja, so ungefähr. Christoph, bitte, das bringt doch gar nichts. Henning ist doch ziemlich der Letzte, der sowas machen würde. Bitte, Cathy, du bist jetzt nicht gefragt. Ich sag's aber trotzdem. Ich find's echt total mies, dass du Henning sowas zutraust. Er hat genug andere Sorgen. Und wie du Clarissa behandelt hast, ist das Allerletzte. An deiner Stelle würde ich mich echt schämen. Also, ich hab Clarissa nichts gesagt. Sie muss es von jemand anderem erfahren haben. Ich binisierung. Amen. Thanks.